Isai ist eine biblische Person aus dem Alten Testament. Der Bibel übersetzt bedeutet sein Name Geschenk Gottes. Er war der Vater von König David. Isai war der Sohn von Obed und ein Enkel von Boaz und Errute. Nach dem 1. Buch Samuel hatte er acht Söhne, David war der jüngste Sohn. Nach dem 1. Buch der Chronik waren es nur sieben Söhne. Eliab, Abgenedab, Shema, Nethanel, Radei, Ozeem und David. Seine Töchter heißen Zeruja und Abigail. Isai und seine Sippe lebten in Bethlehem. Auf diese im Buch Jesaja beschriebene Wurzel Jesse führt die Christenheit den Stammbaum Jesu zurück. Die Schreibweise Jesse ist in vielen Weihnachtsliedern zu finden. Nach der biblischen Erzählung im 1. Buch Samuel brach Samuel nach Bethlehem auf, um dort im Auftrag Gottes einen der Söhne Isis zum König zu salben. Unerwartet fiel Gottes Wahl auf David. Etwas später ließ der bei JHWH in Ungnade gefallene König Saul David mit Einverständnis seines Vaters zu sich an den Hof holen. Später wurden Isai und seine Frau von David an den Moabitischen Königshof gebracht, um sie vor den Nachstellungen Sauls zu schützen. Siehe auch. Schreibweise biblischer Namen. Th� und die Frau von David an den Moabitischen König zu schützen. Schreibweise ein Stammbaum. Bis zum nächsten Mal.